Lust auf Schmorbraten mit Kartoffelbrei in einer super Bratensauce? Dann seid ihr genau richtig. Schmeckt absolut lecker, geht super einfach, dauert zwar etwas, aber dazu braucht ihr auf jeden Fall eine Schweinekeule oder Nacken. Dann schält ihr eure Karotten, Zwiebel und Knoblauch, gebt alles zusammen mit dem Braten in eine Pfanne, bratet es scharf an, gebt dann etwas Wasser dazu, Bratensaft, Salz, Pfeffer, lasst es lange ziehen. Dann währenddessen die Kartoffel kochen, Rotwein in die Soße hinzugeben, nochmal Wasser und Gewürze, dann könnt ihr es entnehmen, abzupfen, Wasser mit Mehl dazugeben, nochmal umrühren, den Kartoffelbrei fertig machen und anrichten.